Guten Abend an Welt, an dieses Universum. Ich bin jetzt 18 Jahre in Deutschland und ich finde dieses Germanland, das sind die Kinder von diesen Nazis, diese Welt erobern wollten. Jetzt haben die sich gesammelt mit Pep, Amphetamin, wollen die diese Welt kaputt machen. Und ich möchte nicht Teil dieses korrupte Systems sein in Deutschland, Germanland. Dieses Land hat Nazis, wie Denny, mehr Rechte gegeben als ich, ein Ausländer. Also Land, sie haben mein Haus, meine Kinder, meine Blumen weggenommen. Und das ist nicht mehr verhandelbar. Ich möchte aus Deutschland raus. Dieses Land ist nicht für mich. Und ich möchte nicht in dieses Germanland sterben. Ich möchte in anderen Ländern leben und das, was ich erlebt habe in diesen 18 Jahren, erzählen. Dass Nazis 2020 haben geschafft, einen Mensch zu jagen, misshandeln. Und keiner hat die Verantwortung übernommen, bis heute sich zu entschuldigen. Und dieses Land ist das gefährlichste Land in dieser Welt, vor dieser Welt. Diese Nazis machen das Universum kaputt. Und ich will nicht Teil von diesem System sein. Gib mir bitte Asyl in ein anderes Land, nicht hier.